hallo welt da sind wir wieder hier bei unserem dino mausi und sara ist auch dabei und prometheus ist auch dabei seid gegrüßt ihr beiden hallo ritchie hallo prometheus ja hallo und unser mensch schläft heute ja borsten maul hat leider ein technisches problem zu hause deswegen wird er heute leider nicht dabei sein bei der aufnahme auf das ist ja genau bei der ganzen sitzung das heißt die nächsten folgen werden dann ohne ihn sein aber ich denke wir können ein bisschen was vorbereiten und wenn er dann wieder kommt dann kommt er hier in ein riesiges camp schaffen wir das ja das häuschen müssen wir noch fertig machen das häuschen das wird ja ein riesenhaus ja kisten okay habt ihr genug kisten und ja gut wir wollten ja ich habe lange haare ich muss erst mal wieder reinkommen ach kannst du die waffe bitte weglegen danke das ist denn mit maus los was machen wir denn heute schönes das haus fertig machen aber ich muss mal eben ich komme nicht mehr bei meinem menü wie war das denn noch mit ihm glaube ich bin ja mit dem blöden game stimmt ja richtig so ich habe noch ordentlich holz das können weg ich habe schon rausgefunden dass ich mit e fasern einsammeln kann oder ja vier faser können wir borsten mal aufheben und in einem bett legen ich habe schon versucht leider geht das nicht ich habe versucht weg zu schleppen hat das einer gesehen nein schneit das nachher raus warum blutet borsten maul denn also bitte ich wollte ihn aufheben schlafende menschen ich wollte ihn ganz sanft aufheben wenn das sanft ist möchte ich nicht wissen was grob sein soll ich bin nicht grob nein aber ich glaube man kann ihn wirklich nicht aufheben und doch gut aber wohin damit ins bett haben wir doch noch nicht ins haus legen ein das ist allerdings geschützt gibst du das war absicht wo ist er hin borsten maul weitwurf der liegt hier unschön das sieht nicht bequem aus was er da macht ich sehne nicht mehr tut mir so leid hier bei mir wie hast du ihn aufgehoben wenn man lange e drückt bekommt man mehr auswahl im option in diesem menü genau oh arm verdreht und ich sehe es ja es ist furchtbar ok ich gucke mir das ach du machst keine aufnahme oder äh nee nee sarah ich habe ja einen borsten maul für dich ok ich wollte mal eben nahrung es sieht sehr schmerzhaft aus aber er schläft ja er merkt es ja nicht so wir haben noch kein bett ich oh moment ähm jetzt muss man ähm nochmal auf den körper zeigen und dann nochmal e drücken dann lässt man eine fallen ok ja genau das geht mit allen mit fischen wenn man die fängt und so auch so aha ja da liegt er doch etwas besser geschützt man kann ja auch obwohl der das ist der läuft ja nicht der server aber ähm wenn wenn man das auf einem server macht der immer läuft da kann man auch angeknabbert werden also ja wenn man schläft ist nicht angenehm holzkäfig holzschild zement ich bin gerade am gucken was ich da machen soll kriegstrommel ich tsaures schräges holz dach ja lernen wir das doch so wie wo was ich muss ich bin hier lederhemd so nicht schlecht okay gut ich kümmere mich mal hier ich weiß gar nicht mehr wie und wo und was was haben wir denn hier vor aber wir brauchen wende genau ach so dann machen wir doch wende wende platz holzwand hier hin gut und dann herstellung bitte hey warum sind meine wasserschläuche leer die verlieren nach einer zeit ihr wasser ganz automatisch leider das ist leider so die anderen sachen die man bekommt bauen kann später die halten das wasser aber die die ja das verschwindet nach einer zeit die sind undicht ich habe nur sachen sara du bist unsere baumeisterin was brauchst du eher holz hier ist kein holz mehr noch ein bisschen was kannst du mal bitte den weglegen danke warum wachsen hier keine bäume ich glaube der server läuft ja nicht während wir weg sind und dann wachsen auch keine bäume nach also wenn wir jetzt was sage ich mal fünf stunden spielen würden dann würden auch wieder ressourcen nachwachsen das ist halt ja aber es sind ja da drüben noch eine menge bäume haben wir nicht ein lager mit holz irgendwo ja holz ist hier noch eine menge drin das ist hier hinter dem haus richtung lagerfeuer hatten ja so viel ich habe auch schon einiges wieder reingepackt das ist strom ich werde überladen sein aber das ist mir wurscht dann bitte wieder ins menü herstellung das ist schön heute mit dem wetter hier oder ja wieder zurück zum inventar dann hätte ich doch gerne gut da kommst du jetzt etwa so wieso nicht ärgere mich nicht komm hier rüber darüber los ich will aber holz ja also bitte jetzt einzeln oder was gut da kenne ich natürlich gehen die taste nicht bei dem controller ja ich bin hier mit jetzt gerade mit der maus zugange ah ok aber ich krieg das nicht in mein inventar rein ach vielleicht war ich zu voll dann genauso dann auf herstellen in seine stunden ich besorgte noch mal fisch auch stroh stroh bekam ich von bäumen oder wie war das noch ich hab's ja ich glaube stroh müsste aber genau stroh müsste aber auch in der kiste noch sein also aber aber schauen wir mal wo dann inventar ist schwer ja kommen jetzt fasern fasern ne da ist stroh fasern da haben wir ne kiste genau ja oh das scheint voll zu sein komm ich heute nicht komm ich morgen schleich mich von dannen stroh bitte danke so ich mach mal wieder ein bisschen futter gut dann herstellen äh ja schon wieder bin ich ok ähm äh 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 quatsch falsche taste äh so viel ach ich muss ach ich muss ich muss da hochkommen also es wird grün angezeigt aber lässt sich nicht platzieren was soll das das ist so schön also ich könnte stundenlang nur sitzen und gucken also das ist echt also erstaunlich aber ich wollte ein paar steine sammeln das ist pflanzen und da fällt es nicht schon wieder an material aha ich muss wieder zu kischt zu kischt zu kischt holz holz ich mag den akzent allgemein gesagt jetzt find akzente toll ja so ich hab gar keinen ich auch nicht hätte gern ihn aber nee ich bin ja Niedersachse und äh aus dem hochdeutschen hochdeutschen Raum sag ich mal so ganz falsch gesprochen ach ich weiß nicht ich glaub das ist egal gehört dazu jeder Akzent hat seine Berechtigung die kisten sind total unaufgeräumt ja mei was hast du denn gemacht da ich weiß nicht hier sind alle möglichen sachen drin aber nicht das was auf dem schild steht ich räume da jetzt auf da sind nur Beeren drin ne sehe ich gerade oh jede Menge Beeren ja ja und dein Ei ein Dodo-Ei ja was hat das da drin verloren das weiß ich auch nicht das müssen wir ausbrüten naja das ist leider nicht bebrütet oder das ist nicht befruchtet aber hm Dodo sind allgemein sehr rar im Moment hier ich hätte gern einen ich brauche Leder Leder hatte ich gerade ich weiß aber nicht woher ich konnte einen Wasserschlauch herstellen wir haben irgendwo Leder gehabt ja das weiß ich noch wir waren ja letztes Mal sehr fleißig was Leder angeht Steine habe ich irgendwo Steine oder so da müssten Kisten mit Steinen sein ja ja ich wollte da was reinpacken ach die sind schwer ja das stimmt die stören das ist richtig ja ich möchte es gerne darüber Stapel nein ich will nicht Stapel teilen hallo ich möchte diesen hat jemand Interesse an einem Kotkügelchen in die Düngerkiste ja ach die ist da hinten ne Düngerkiste ja 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 da war dem Feld irgendwo ja ich und die Steuerung wieder ja gut das mit der Steuerung kann ich ehrlich gesagt mittlerweile nachvollziehen wenn man so ein paar Monate oder sagen wir mal Wochen aus dem Spiel raus ist das fällt einem wirklich schwer wie schiebt ihr diese ach okay schon gut so was ist denn der Düngerkiste wie ihr das darüber schiebt die Steine ist schon gut ich hab schon kapiert einfach mit der linken Maustaste fest dann klappt das auch mit dem Nachbarn oh Entschuldigung Mausi hat eine sehr gute Verdauung haben wir irgendwo eine Kiste für sagen wir mal Unsinn wie Brille und ja da drüben tatsächlich am Strand da ganz hinten drüben aber ich glaube du kannst es auch genauso gut wegwerfen die sind glaube ich immer da drin die Sachen und ja irgendwie gibt das nicht so richtig was das verschwindet nach einer Zeit also dann ist es wie ist da alles durcheinander durcheinander alles durcheinander Saatgut und wo ist die Düngerkiste hier ganz rechts war die oh Dünger sind jetzt hier ist in der zweiten Kiste ist ganz viel gewesen ach Wunderkerzen rüber damit ja das ist ich brauch das auch nicht äh Mausi alles durcheinander rüber damit hallo Brille rüber damit hm ne kann ich nicht weg ok hier ist ja noch ein paar Steine hm wieso kann ich diese normalerweise normalerweise müsste man die eigentlich äh in die Kiste packen können oder wegschmeißen ich weiß es nicht äh fallen lassen ja aber mit welcher Taste bei der O also bei euch ist O genau bei uns ist es das O ja genau aber auf dem ähm 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 Gamepad weiß ich nicht oder Pad oder wie das Controller heißt das ne oh ich verdurste hm oh ich verhungere hm auch noch alles auf einmal so verdorbenes Fleisch in Mausi ja das können wir in den in diesen Mörser packen für die ähm schon ausbrüten für die Betäubungsmittel wo war denn der nochmal der war doch hier irgendwo ne hier genau oh hoppla tut mir leid was hast du das gemacht hast du das gemacht ich hab Mause gesch- ich hab nichts gemacht ja ich hab's ich hab eben auch im Buch verbrätet ich mal nur gesagt versetzt aus Versehen ein liebevoller Knuff ja liebevoll geschlagen hm hm ich hab nämlich auch verrottetes Fleisch ganz viel das kann da nämlich mit rein das kann da mit rein ja so langsam kommt Ordnung rein in der nächsten Folge räumen wir glaube ich weiter auf ja ja auf jeden Fall und ich bau weiter in der nächsten Folge gut diese Folge ist vorbei wir bedanken uns für euer Zusehen für eure Kommentare und für eure Likes Daumen hoch für euch macht es gut und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss